Und zwar hat da Gerhard Pfister behauptet, Entschuldigung, das ist jetzt nicht nur assoziativ gesprochen, wir haben die Tendenz, an der Sache eigentlich zu kleben, oder? Das ist schon auch recht, dann haben wir ein Sachbuch, oder? Und dann müsste das dann einfach der Sache nachgehen. Und sonst sagt man, das ist nur noch assoziativ gesprochen. Das ist aber falsch. Also man kann das wählen. Man kann aber genauso gut eben von den Personen sprechen und von Phänomenen. Das heisst, zum Beispiel jetzt geht es um ein Nicht-Richtig-Verstehen. Und wo liegt der Fehler, oder? Oder weshalb man etwas Falsches ausbreitet. Zum Beispiel um Macht zu behalten oder um Macht ausüben zu können. Und da dürfen sie nicht einfach dann verurteilen, dass nicht kohärent gedacht werde, oder nicht schlüssig gedacht werde, oder? Ich glaube, da muss man schon ein bisschen in den akademischen Kreisen auch ein bisschen umdenken, oder? Das sind jetzt so Beispiele, die ich gerade bringe in diesem Verlauf, jetzt diesem Video. Also ich erläutere das jetzt nicht weiter. Vielleicht kommt dann noch einmal Kritik und dann würde ich dann dort noch hier noch nachintegrieren. Aber es geht mir jetzt um eben falsch verstehen und dann wirklich aber falsch produzieren und dann nicht korrigieren. Und das in einem Massenmedium, muss ich das einmal vorstellen, wenn nur schon eigentlich eine falsche Information einer Person schon schlimm genug ist, oder? Wenn es um eine wichtige Frage geht, oder? Und das Massenmedium, Luzerner Zeitung oder Schweizer Fernsehen, die korrigieren sich doch nicht. Das ist das Schlimme und deshalb ist das so niederwertig, dem sage ich Zeitungsmodus, oder? Dann kommt einfach wieder ein Blatt und was da drauf steht, mein Vater hat das schon gesagt, er hat sich oft, hat er sich ärgern müssen, was da wieder publiziert wurde. Das ist nicht neu, dieses Phänomen, oder? Er hat gesagt, Papier nimmt alles an, oder? Und ja, das ist schon schlimm, oder? Und in diesem Punkt, oder? Da durfte jetzt der Gerhard Pfister, das war, ist heute noch der Parteipräsident, heute heisst die Partei Die Mitte, ist fusioniert mit einer anderen Partei. Vorher war das die CVP, also christlich-sozial, oder einfach christliche Volkspartei, oder christlich-demokratisch, das weiss ich jetzt nicht mal mehr, aber einfach sicher christlich, also wirklich mit einem hohen Anspruch an Wahrheit, oder? Verknüpft, also sogar noch mit göttlicher Strafe eigentlich, oder? Mit göttlicher Übersicht, oder so, oder? Und dann breitet der, der hat Philosophie studiert, und der ist ein heller Kopf, aber da sieht man einfach das Verdorbene. Das kommt darauf an, dass man wirklich auch die Wahrheit auch sucht, und die Wahrheit auch verkörpert, oder? Und der hat dann gesagt, der wollte natürlich das Christentum, es war dann noch am Weihnachtstag, oder 24. Dezember, in der Zeitung, wo es dann auch noch über mehrere Tage aufliegt, die Zeitung, da durfte er dann sagen, dass eigentlich, ja gut, das möchte ich jetzt nicht im Detail ausformulieren, weil das ist immer auch, da muss man ganz genau sein, dort, oder? Und da geht jetzt zu viel jetzt dort drauf, weil ich möchte eigentlich etwas anderes sagen, aber er hat eindeutig, eindeutig die Unwahrheit gesagt, oder? Und, ja, ja, also wie wenn wir eigentlich dem Christentum die Aufklärung zu verdanken hätten, oder? Dabei ist es ja so, dass die Aufklärung dafür gesorgt hat, dass wir aus den Klauen des Christentums gekommen sind, oder? Das Christentum hat sich ja derart ins Schlimme entwickelt, in einem Feudalstaat, glaube ich hier, also ich bin ja nicht politologisch gebildet, aber da hatte es eine völlig korrupte Elite, oder? Die haben einfach auch, ja, also, schlimm, oder? Ja, ich habe es ausführlich detailliert, oder? Ja, und das Verstehen, es kann sein, dass er es tatsächlich falsch verstanden hat, aber das müsste er mir dann noch ein bisschen genauer glaubhaft machen, sonst hat er wirklich einfach nur seine Macht missbraucht, oder? Genau so wie eben das Christentum, die Herrschenden, damals die Fürsten und die Adligen und die, oder? Das war so ein Klüngel zusammen mit den religiösen Herrschern damals, oder? Und die hat man dann ja mit der Aufklärung entmachtet, Also wir, die Schweizer, haben ja noch in, glaube ich, in den Tuillerien, oder so, haben die noch, die waren, wir waren Söldner, oder? Und haben die versucht zu beschützen dort, und deshalb kommen ja die Touristinnen immer noch nach Luzern und schauen das Löwendenkmal an den sterbenden Löwen, der eben versucht hat, die Adligen noch über Wasser zu halten dort, beim Sturm auf die Tuillerien. Ich glaube, es... Schauen Sie bitte doch in den Dokumentationen nach. Es kann sein, dass das gerade dort jetzt die Schweizer Söldner nicht involviert waren und so, aber in diesen ganzen geschichtlichen Ereignissen dort haben wir dort eine Rolle gespielt, ja. Ja, und ist das nicht richtig verstanden worden? Es geht genau darum, oder? Und dann einmal die Kehr zu machen und das zu bereinigen. Und dann kann man sagen, jetzt ist diese Lüge nicht mehr in der Welt, oder? Das geschieht einfach nicht. Und da die Leute, die nehmen, da nehmen sie eine Dokumentation und lesen das durch und lernen es und da haben die so einen Mist drin, oder? Ganz schlimm. Ja, eine der Ursachen des Realitätsverlustes und dass sich die Leute in die Haare geraten und dass wir nicht mehr eins sind und nicht mehr am gleichen Strick ziehen können. Das ist so schlimm. Und man weiss es, oder? Ich habe es auch dieser politischen Philosophin mitgeteilt, dieser Gentinetta heisst die, die auch bei Sternstunde war. Ja, das interessiert doch die nicht, oder? Die sind ja nur daran, weiter Kohle zu machen und sich da wieder weiter, oder? Aber wirklich jetzt zu dienen, der Gesellschaft zu dienen, oder? Ja, Utopie, oder? Da sind wir jetzt bei der Utopie und auch beim Traum, den ich hatte, mit diesen beiden, eben Barbara Bleisch, Olivia Rölin und da war auch noch der, wie heisst der? Ja, den ich auch mal halt sehr unvorteilhaft habe dokumentieren müssen, völlig einfach Grundstrukturen des menschlichen, des Gehirns und wie wir funktionieren, einfach nicht verstanden. Und die sind dann einfach dort und die ganze Schweiz, oder diejenigen, die sich für Philosophie oder für sich Gedanken machen, interessieren, die sind denen dann einfach ausgesetzt und die haben dann einen Nimbus und die Leute, die lernen dann das, das ist so schlimm, oder?